Gut. So, okay. Ja, aber mit Übungswaffen, ne? Das macht schlitzenden Schaden, was du da hast. Ich hab keine Übungswaffen. Die sind alle weg. Wie alle weg? Weggepacker. Hat sie alle verkauft. Rotbremsung, Rotbremsung. Wo sind die? Da hinten versteckt. Machst du erweitert? Was haben wir erweitert? Oder baust du jetzt einfach die Mauer aus und weiter? Was machst du hier? Verschwindet! Wir haben Feinde hier! Leute, los! Attacke! Geranimo! Ruf mal einer direkt Feind! Wir bauen eine neue Mauer, quasi. Wir erweitern. Hm, ich hab's schon gesehen. Nee, ich komm da nicht durch. Da da drin steht. Ja, reicht ja, wenn du eine Übungswaffe hast. Das reicht ja vollkommen. Hab ich aber nicht. Die sind alle da hinten drin. Ja, dann komm da vorne zum Trainingsplatz. Da sind doch Waffen drin in der Waffenkammer. Das ist weg. Oh, komm ich auch mal. War der Trainingsplatz auf der Südseite, oder? Ja. Hm, hab ich's auch noch richtig im Kopf. Was, du hast das im Kopf? Aua, das tut doch weh. Nein. Vorne. Von genau die. Moment. Warum brennt da Wachtfeuer? Wo, bei uns? Ah, nee, nee, das ist immer noch die Schmiede von... Bin ich am Arbeiterlager, ich glaub's nicht. Also, eine Axt gibt's hier nicht mehr. Ich nehm mal den Hammer, mal gucken. Oh, der macht gut Schaden, wenn du damit triffst. Krieg ich die Tür nicht zu? Ja, ich glaube auch nicht mehr. Ich krieg die Tür nicht zu. Ich glaub wir gehen lieber auf den Trainingsplatz, weil da ist Hella. Verleuchtet. Es reicht einfach nicht, es reicht einfach nicht zum Reinschwerdingen. Machen wir da drüben die Fackeln noch an. Sollten wir sein, ich bin jetzt nicht die Gegend. Du mein, mein, mein. Okay. Wollt ihr jetzt beide antreten oder nur einer? Ich guck dir erstmal zu, wie sie da kämpft. So erstmal mach ich sie zum Brei und dann dich. Richtig. Äh, was? Nein. Wir sollen uns in eine kleine Hände halten, ne? Oh! Äh, ja, können wir machen. So. Ah, mit seinem Kopf. Oh, guck, ich seh einen, ich seh einen. Oh, ja. Oh, ich zück jetzt die Arme aus. Da greifst du mich noch von hinten an und triff trotzdem nicht. Das ist doch wohl. Ich bin nöde. Ah, dafür blockst du aber gut. Aua! Ich geb so so offen. Ja, jetzt schon zweimal. Und ich bin den Wind. Immer auf den Kopf. Ne, das ist mein Motto. Oh, oh, mein Leben ist fast weg. Ich hab keine Booster mehr dafür. Man kann bei Niederhaus nirgends reinhüpfen mit dem Pferd, oder? Weiß nicht, kannst mich ja eines Besseren belehren. Ich fall gleich um, hallo. Na gut, dann komm ich mal zum Zuge. Das war noch ein Angriff, den hab ich mich nur verteidigt. Hol dich kurz aus, Schwester. Ich werde dich rächen. Ich bin nicht ausgutig, ich bin allzeit bereit. Ich werde dich rächen, Schwester. Bist du. Ich kann grad nicht mehr. Ich bin zu. Au! Das Rechen deiner Schwester war nicht so erfolgreich. Sieh mal die Große hier aus, ja. Oh ja, die Shepard. Das funktioniert schon mal nicht. Darf ich wieder aufstehen? Was sagt denn dein Leben? Also wenn du bei 1 bist, dann stehst du eigentlich wieder auf. Minus 3. Ja, dann hast du es erfasst. Oh, da muss ich gleich nochmal zu dir kommen. Au, das hat aber weh, du. Au! Wie, du warst noch im Ring. Ach, Schadam. Nein. Ich glaub ich hab auf Ja gedrückt. Oh, mal ehrlich. Nee, noch hast du nicht auf Ja gedrückt. Weil du liegst mal. Sonst wärst du tot. Der Trick ist einfach gar nichts zu drücken. Weder Ja noch Nein. Einfach das Kreuz oben in der Ecke. Und dann? Und dann stirbt man nicht. Du hast, wenn du mehrfach hintereinander ummächtig kommen wirst, die Wahl. Dann fragt er dich. Ich möchte sie jetzt sterben, ja oder nein? Und da hat irgendeiner von der Woche neulich... Sollen hat er immer gelungen. Oh. Nee, nee, ich glaub auch, Herr Warnsüge. Muss mehr auf den Ausdauer achten. Ich bin ein alter Mann. Jungen Alkastner werden gut was gedreht wird und nicht bei Ihnen ist für Minden dies auch immer auf die älteren Leute war ich gehe auf jeden Fall hat nichts mit dem Alter zu tun ja das ist mit Kaulein was schon wie muss ich nur im Kreis und die Ruhung laufen warten bis zu können Prüsten das Minden das hat gescheffert um muss durchhalten er ist doch mit schwester genau kommen wieder rein ja drei von hinten an gegen die Leben er hat wohl nur alle Kirchen auf der Torte er hat und neben dem ersten Vogel diese da im Rand immer rüber und herringt wo ich gerade bin Also, es sieht interessant aus und seht ihr auf dem Platz verantwortlich. Ich hab meine Schwester! Ich hab meine Schwester! Klopft euch ruhig gegenseitig wieder. Du hast mich auf Minus 16 runtergeknopft! Nein! Wo steht die? Oh! Ich hab Saphira mit 28,70 getroffen! Und nochmals 1,2,2, kommen wir noch aus. Sogar gleich zweimal! Sagst du so leicht? Wenn du da rumliegst! Ich schlafe nur eine Runde! Sarah, wo bist du? Los, helf uns mit! Beteilige uns! Also ich würde ja mitmachen, aber ich komme ja nicht rein! Und der ist Fren, der hat keine Stärke! So viel Kraft! Ey, aber mein Wille ist dafür ungebrochen! Schokolade! Oh, Schokolade! Sarah, komm her! Wir stürzen den König! Dafür schnappen wir ihn! Ah, der Kopf! Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Mann, oh! Der gibt mir noch nicht mal die Chance rauszugehen! Du bist in meinem Ring! Ich hab's euch vorneweg gesagt, der quält seine Untertan, aber ihr wollt mir nicht glauben! So, ich will, wer sich das für's lachen, aber der lebt ihn jeden Tag flacher! Ich weiß schon, was der für Bedürfnisse hat! Oh! Mein Lehnsherrn! Weil das der eigene Bruder darf's ja nicht! Das hat's gesessen! Sein Bruder liegt auch! Alles gut! Ich hab euch beide flachgerichtet! Also mein Lehnsherrn, der hat sich letztens auch an den Pferden vergangen! Der hat ganz unfältige Gießen hinter meinen Zossen gemacht! Das ist nicht... Ich glaub, das liegt an dem Lehnsherrn sein! Also, hm! Das scheint dir einfach zu kommen! Nein, ich will euch doch nur das Käpt'n beibringen, Mann! Ihr müsst doch mal in der Arena daraus machen! Wie viel... Wie viel hab ich bei dir runtergehauen bis jetzt? Bitte? Wie viel hab ich bei dir so runtergehauen bis jetzt? Also, ich bin jetzt auf 84er... Leben! 84? Wie viel hast du sonst komplett? 149, also 150 fast! Halleluja! Willkommen mit deinem Hämmerchen! Traurig! Jetzt sind zum Treffen, was? Ja, das ist so schwer! Das ist so schwer! Um dein Hämmerchen auszuleiten! Wer rennt denn da unten noch? Ach, das ist Sarah! Okay, komm, machen wir einen Außerring-Kampf! Wer hat so wirklich nach mir geschlagen? Ich glaube, mein Schweinfall! Ich will mich doch auch mal nicht schrauben! Schließlich ist nicht zu treffen! Au, au! Du bist einfach zu weit weg von mir, um mich zu treffen! Du musst näher ran mit dem Hammer! Attacke! Auf ihm mit Gebrüll! Reite ihn übern Außen! Muss ich da immer mal hinlegen, der Kerl hier! Oh, warte mal! Ich bin zu alt! Oh, breit! Schon wieder! Eif doch die alten Leute nicht an! Da versuchte er sich noch gerade so mit letzter Achtung-Kraft, äh, mit dem Rollator vom Hau drauf! Hau drauf! Hau drauf! Hau drauf, Schatzi! Hau drauf! Ich kann ja das nicht! Ich bin zu alt! Du weißt ja, wie alt ich bin! Du hast das Bewusstsein verloren! Warum stehe ich? Au! Ich stehe aber noch, obwohl ich Bewusstsein verloren habe! Seien Sie beim Herzen! Ja, Anzeige Back! Ich bin zu alt! Ich bin zu alt! Sie musste sie aber auch noch umklopfen, sonst heißt es nicht! Sie hat keine Waffe in der Hand, das! Ich hau keine, die keine Waffe in der Hand hat! Aha! Oh, ich lebe nicht! Ja, ja, und was hast du in den letzten Tagen gehört? Ich habe immer nur gewartet, bis ihr Waffen in der Hand habt und dann! das ist unser könig am abend wenn wir die arbeit getan haben verbrügelte uns noch kräftig ich bringe euch nur was bei so gibt es turniere und dann kann man auch toll absahnen wenn man halt gewinnt dafür muss man halt ein bisschen trainieren es tut uns nicht weh wir tun nur so das ging schnell wir werden ja auch nur zwei nehmen für den könig ich bin es nicht ich bin es nicht ich bin es nicht hallo also ich kann nicht mehr ja er hat das mit dem tiefen schieben wort wörtlich genommen aber du hast nicht geformuliert gegen wen irgendwie habe ich jetzt hier gleich ein häufchen will irgendjemand drauf auf den hausen schwester ich lieg bei dir um nirgendwo er hat ja noch was soll das denn und ist ein jahre und bei der ausgabe n ja ja er ein bisschen unterhalten kannst du mich ja noch das ist da Prozent 56 Leben haben wir noch kommt und erging in den Nacken das war nichts Prozent 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 bis aufgeben und sterben ein die Hüte und Objekte ich kämpfe weiter ich will kämpfen setz ich mal vielleicht hin und regeneriert das Sockleben was du noch regenerieren kannst was ich noch kann 4 mit 33 macht schon eine Deutung wenn wir mit ach die Wachbäume abgemacht würde mich einfach das ist mein Rieger in deinem bringen. Na gut, dann mach ich wieder mit. Ich kann schon nicht mehr wieder, das ist ja furchtbar. Nein! Hau du auf, Franzi, hau du auf! Dadurch, durch deinen Hieb konnte ich mich ausdrücken. Ja! Der König ist gestürzt! Haben sie sich etwas getan? Ja, hab mich hier kurz gestolpert. Achso, auf der Bananenschale ausgerutscht war. Super, Sarah, super! Ich hab leider nichts gesehen, mach nochmal. Tanzt du an deinem Kopf. Achso, gut, dass ich jetzt wieder stehe. Nein, lieber Herr! Ich gebe auf! Nein! Alter Schwede, mein Leben! Nein! Au! Oh! Ah! Na gut! Ui! Da gehen mir die Lichter aus! Hau drauf! Gut, gut, Franzi! Ey! Wir kochen raus. Nee, geil, stehen wir im Weg. Boah, das hat gesessen. Au! Ich geh auch. Ich geh auch. So. Dann kann ich mich wenigstens mal regenerieren. Mann, 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 Mann! Ich fülle raus! Ich hatte keine Stampe. Hey! Was soll ich für? Ich springe ins Erntfall in Tod. Ich kann auch minus 17 runtergehen, Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Lassen Sie mich, Herr König. Ähm. Was hat mich da mit aufmachen? Was hat mich da mit aufmachen? Oh, es hängt? Ja, ich seh's. Ich steh mit der Akku über deinem Kopf. Ich hab auch gerade so leichtes Problem. Ich hab keinen Beutel abgelegt. Und hier ist noch keine Trempe. Lag keine noch. War noch Trempe. Ja, ich hab nicht gestanden. Und ihr habt mir umgeklopft. Einer von euch. Ja, nur für mich geklebt. Und ich wollte jetzt gerade wieder aufheben. Ja, ist weg. Hm. Na gut. Dann war das mal ein schöner Kampf wieder.